Der amerikanische Schauspieler, teilweise aus Filmen bekannt, Mickey Rourke, hat eine Wohnung in Wiesbaden gekauft, um dort zu wohnen. Das bedeutet für die Ausstrahlung und das Flair von Wiesbaden eigentlich nichts. Na gut, wer Mickey Rourke sehen will, hat in Wiesbaden größere Chancen als im Kino. Aber für Mickey Rourke bietet die Lage in Wiesbaden viel. Man kann über die Brücke direkt nach Mainz. Toll. Morgen geht weiter.